das hier überhaupt noch gegner sind ist eigentlich interessant immerhin hatten wir ja schon mal aufgeräumt die explosiven lämpchen sind wieder da oder das gefährlich mein lieber mann auch täubchen haben wir auch wieder ich krieg euch nicht visiert aber doch machen wir mal vom pferdchen aus und interessant vom pferd aus einschlag dann sind die weg hammer aber dahinten ist nachschub und zu fuß haben wir auf jeden fall wesentlich länger auf die eingebrügel alter ok hallo so ok auch vom pferd brauchen sie mehr als einschlag aber trotzdem guckt euch das an der zwei schläge das war's mit ihnen das ist noch einer zack so wofür bin ich jetzt hierhin wieder gekommen ach so ist ein rundritt ich wollte gerade sagen das kann aber verwirren da auf der der minimap dass du auf einmal am ziel vorbei reitest hallo na ihr hopp na ja vom pferd aus zielen ist wirklich nicht so ganz einfach weil ich kann halt nicht nach hinten schlagen so 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 schön aufpassen ob wir hier nicht vielleicht doch noch irgendwo eine kiste haben man weiß ja nie ob wir nicht beim ersten mal noch mal übersehen haben kommt nix kommt nix gespeichert ok hängt da mal so ein einsamer wimpel da oben rum das pferd hier im boden versunkenen teil tatsächlich ah da kann ich jetzt hoch hüpfen und hier kann ich wo hochklettern ja und da sind die dinger in rot das teil was wir gesehen hatten war aber im blau ich hoffe das kriegen wir jetzt ach guck mal ähm nein du sollst nicht wieder hoch so wo hatten wir denn das ding gesehen das muss doch hier theoretisch irgendwo gewesen sein oder sieh ich da hinten so ein kristall zum kaputt hauen da reitet einer da reiten mehrere ok unser ziel nein wo ach so in die richtung gucken wir ok unser ziel ja ist das wo wir hergekommen sind aber wir haben ja jetzt die möglichkeit uns da unten umzugucken ja und ich meine ich hätte jetzt hier auch gerade so eine wand gesehen die wir kaputt hauen können jawohl aha schon mal eine kiste sieht aber nach ist das eine reiche kiste ne dann würden wir uns ja fragen jetzt ein zornkern sehr schön gucken wir uns mal weiter rum ob hier noch mehr ist also sind ja auf jeden fall ein paar gegner zum umnatzen die sind ja nicht ohne grund hier ja das ist das der weg der hinter uns eingestürzt war das könnte sein hallo kann ich ich hänge fest naja ok ich habe sie richtig gesehen 10.000 10.000 seelen ich wollte gerade sagen 10.000 seelen alter finde kennen wir das noch? nö das kennen wir nicht oder? da waren wir von hier gekommen hmmm hmmm Wo schwimme ich jetzt gerade hin? Achso, nee, von hier sind wir ursprünglich gekommen. Aber wo war das? Hier war doch das auch mit dem Ding, oder? Ist da hinten die Kiste kaputt? Ja, hier brauchten wir das zum rüberschwingen. Genau. Ähm. Moment. Wo war denn das Teil? Ich behaupte mal, das ist eine Rüstungskiste. Und ich glaube nicht, dass wir da so hinkommen. Nee. Wolltest du jetzt runter? Nö. Also wir brauchen das Ding noch. Wo war denn das? Puh. Das war hier nicht. Das war schon weiter drin, ne? Hmhmhmhmhm. Ich hab echt leider keine Ahnung mehr, wo das gewesen sein könnte. Hopp. So, ihr Jungs. Hier waren ja ein paar Jungs, die eins auf dem Maul haben wollten. Gehen wir doch erstmal zu denen. Die verbergen doch auch irgendwas. Die reiten ja nicht einfach so hier rum. So wie ein Späßchen, ne? Hallo. Na? Oh, das tut mir so weh. Okay, das ist wirklich nicht so ganz untricky. Zack. Ah, der war aber gut. Und? Ja, der war zu. Doch, ich hab ihn noch getroffen. Ich hab ihn noch mal getroffen. Komm her. So. Gut. Dann können wir uns ja hier weiter umsehen. Aber... Äh, Sound ist noch. Ne, Sound hört auf. Da können wir nicht. Hier könnten wir durch. Hm. Warte mal gegen hier. Aha, da gibt's was zum Wegspringen. Nur haben wir nix zum Sprengen. Oder seh ich's jetzt nur gerade nicht? Lag hier draußen... Was hab ich denn jetzt gehört? Hm. Lag hier draußen was zum Sprengen? Da ist auch was zum Wegspringen? Ja, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Und ich seh hier nix zum Sprengen. Hm. Hm. Verdammt. Ich seh mich schon. Ich werd nachher die Hälfte vergessen von den Sachen, die wir jetzt so hier gesehen haben. Und weiß ich noch. Genau wie jetzt das grüne Teil, was wir hier jetzt suchen. Das, was wir irgendwo gesehen hatten. No. Aber keine Ahnung mehr, wo es war. Okay. Darunter ist nicht so gut. Ach so, nur ein Stein, der fliegt. Okay. Da hängen diverse Wimpel rum. Ach, guck mal da. Was haben wir denn da noch? Hallo? Ich kann aber, ne, kann ich nicht. Ich kann, ah. Hier. Wenn ich mich bewege, könnte ich sie nutzen? Aber nur wenn ich mich bewege. Was ist denn das für ein Scherz? Ne. Keine Chance. Vulgrim. Eine Vulgrim-Position. Ach, hier sind wir jetzt. Äh, äh? Guck mal einer an. Da hinten ist eine Kiste. Das ist ja auch interessant. Waren wir? Wir waren von der Seite gekommen, ne? Moment. Ja, wir müssen ja, ach, wir müssen ja hier zurück. Ne, ich will ja hier hin. Hier müssen wir sowieso noch hin. Da können wir an die Kiste ran. Es gibt doch garantiert noch mehr. Es gibt doch garantiert noch mehr. Wir sind hier also jetzt am Anfang. Ich kann mich aber gar nicht mehr dran erinnern, dass das blaue Ding da hing, als wir gekommen sind. Ach so, doch. Klar. Das war ja unsere erste Zeitverlangsamung, um überhaupt hier durchzukommen. Ah, okay. Okay, 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 okay. Na gut. Aber ich würde sagen, da gucken wir uns in der nächsten Folge noch mal näher an. Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, würde mich sehr über ein Däumchen freuen und bis zum nächsten Part. Ciao. Uüüüüüü.